Willkommen zur nächsten Lektion. Um mit der Trigonometrie richtig loslegen zu können, müssen wir uns noch mal einige Grundlagen der Geometrie anschauen. Denn die Trigonometrie baut auf folgendem auf. Erstens auf den Kreisen. Wie wir nachher sehen werden, brauchen wir den Kreis für die Winkel und auch später dann für den Einheitskreis. Wir brauchen die Winkel, denn wenn wir nachher die trigonometrischen Funktionen anwenden, wie z. B. den Sinus, dann ist der Sinuswert immer an den Winkel gebunden. Also Winkel und Trigonometrie sind sehr dicht miteinander verbunden. Und drittens natürlich die Dreiecke. Hier insbesondere das rechtwinklige Dreieck, wie es auch hier gut zu erkennen ist. Denn mit Hilfe von rechtwinkligen Dreiecken können wir unsere Funktion Sinus, Cosinus usw. definieren. Gut, bevor wir uns jetzt also die drei nochmal in Ruhe anschauen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns folgendes an. Wiederholen wir bzw. rufen wir uns nochmal die grundlegenden Elemente der Geometrie in Erinnerung. Den Punkt, die Strecke, den Strahl und die Gerade. Hier haben wir den Punkt eingezeichnet. Ein Punkt ist ein Objekt ohne Ausdehnung, also es hat keine Fläche und keine Länge. Ein Punkt wird in der Geometrie, um ihn besser deutlich zu machen, mit einem Kreuz gekennzeichnet und mit einem großen Buchstaben, in unserem Fall das große A, beschriftet. Gut, diesen Punkt, den können wir hier auf diese Fläche, also auf diese Ebene, beliebig setzen, wo wir möchten. Wenn wir jetzt einen zweiten Punkt erschaffen und Punkt A mit Punkt B, den zweiten Punkt, direkt verbinden, ergibt sich eine sogenannte Strecke, die Strecke AB. Und die Strecke kann unterschiedliche Längen haben, je nachdem wo wir den Punkt B setzen oder wo wir halt den Punkt A setzen. Und diese blaue Linie, diese Strecke zwischen A und B ist die direkte Verbindung zwischen den beiden, also die kürzeste Verbindung zwischen den beiden. Und man kann auch sagen, wenn man jetzt diese Strecke definieren möchte, dass das unendlich viele Punkte sind zwischen A und B. Gut, wenn wir jetzt diese Linie hier weiterführen wollen nach rechts, also hinter B, dann erhalten wir einen Strahl, der angezeigt wird mit einem kleinen Pfeil hier. Also man zeigt damit, der Strahl geht weiter nach rechts. Und das Besondere beim Strahl ist, er hat einen Anfangspunkt, in unserem Fall heißt der A, geht durch den Punkt B und dann immer weiter. Das immer weiter bedeutet, man könnte jetzt hier nach rechts immer, immer weiter unterzeichnen, nach rechts, nach rechts, ohne ein Ende, also unendlich weit. Erinnert euch an die Grundlagenlektion, da hatten wir gesagt, bei den Zahlen können wir auch mal plus 1 rechnen, plus 1, plus 1, plus 1, egal um welche Zahl es sich handelt. Punkt B gibt außerdem die Richtung des Strahls an. Wie hier zum Beispiel würde der Strahl nach oben gehen. Hier nach rechts oben, nach unten, nach links und so weiter. Wenn wir auch den Strahl nach links verlängern wollen, also sozusagen eine Linie durch A durch B ohne ein Ende, rechts oder links, erhalten wir eine sogenannte Gerade oder ihr könnt auch sagen Gerade Linie. Das heißt, die Gerade wird definiert durch die Punkte A und B und hat kein Ende. Hier rechts geht sie ins Unendliche und hier links geht sie ins Unendliche. Und die Strecke AB gibt es hier ja immer noch und sie ist sozusagen ein geraden Abschnitt auf dieser Geraden. Und, das hatte ich noch nicht gesagt, die Strecke zwischen AB können wir auch beschriften mit einem kleinen Buchstaben, hier als Beispiel klein a. Und wir können entweder schreiben Groß A, Groß B mit einem Strich darüber, das meint die Strecke, oder einfach nur Strecke klein a. Und hier bitte aufpassen, denn auch Geraden erhalten kleine Buchstaben als Kennzeichnung. Also wenn wir jetzt nur diese Gerade hier zu stehen hätten, könnte das genauso gut gerade a sein. Oder wir könnten auch einen anderen Buchstaben benutzen. Und gleiches gilt für die Strahlen, auch hier dürfen wir mit kleinen Buchstaben beschriften. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ihr auch manchmal auf Strahlen treffen werdet, die keine Pfeilspitze haben. Dies wird unterschiedlich gehandhabt, aber wir benutzen, damit man es besser erkennt, die Pfeilspitze für den Strahl. Gut, soviel zu den absoluten Grundlagen. Schauen wir uns als nächstes den Kreis und danach die Winkel an. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018